Rille unbedingt. Hier haben wir jetzt immer noch keinen Schlüssel. Gerade. Das müssen wir gleich reparieren. Dann müssen wir nach oben. Achso, ja. Wir haben jetzt halt... Ne, der SID war der Entwickler, oder? Ah, das hätten wir uns geben lassen sollen. Aber hier habe ich eh nichts zum Entwickeln. Also noch nicht. Wir brauchen nämlich noch irgendwas zum Entwickeln. Ich weiß nicht, wo es zum Entwickeln irgendwelche Negative gibt. Aber das finden wir schon noch raus. Äh, hier... Oh, ich war es vergessen. Ah, wir hätten ein Glas Wasser mitnehmen sollen. Ein Glas radioaktives Wasser. Das kommen wir nicht drauf, ich depp. Naja, wir reparieren jetzt erst einmal. SID. Mach die Hauptsicherung aus. So, wir schalten unsere schöne Taschenlampe ein. Wunderschön. Reparier, Kabel mit... Ah, okay. Na toll, jemand hat den Strom abgedreht. Jetzt schmilzt mir wieder der Reaktor. So, wie soll ich denn die Welt übernehmen, wenn an Dauer solche Sachen passieren? Ja, nein. Ja, nein. Dein Tag ist zurückgestanden. Okay, passt schon. So. Ähm, reparier... Drähte mit... Werkzeug. So, schon fertig. Gehen wir weg von den Drähten und jetzt kann der SID einschalten. Gehen wir weg von den Drähten und jetzt kann der SID einschalten. So, gut. Okay, klappt wieder. Hier brauchen wir noch diese direktive Wasser. So, ähm, der Viertel Dollar, der mit den... Moment, da haben wir auch noch irgendwas, oder? Ja, ja, stimmt. Telefonnummer. Den Viertel Dollar müssen wir auch noch holen. Aber hier haben wir ja noch den Wasserhahn benutzt. Ähm. Wo ist er? Wo ist er? Hä? So. Benutzt Wasserhahngriff mit Wasserhahn. Schalt ein. Wasserhahn. Schalt aus. 1, 5, 4, 7 ist die Aetna erreichbar. 1, 5, 4, 7. Ähm. Nutzt es jetzt was? Wir brauchen erst den Code für den Safe. Der Code für den Safe bekommen wir erst mit diesem Teleskop. Und das Teleskop erreichen wir erst mit diesem Wasser. Genau. Also. Gehen wir jetzt mal nach unten. Warte mal. Moment mal. Hat überhaupt ein Glas? Ja. Hier müssen wir nicht mehr rein. Da ist die Aetna. Ja, okay. Wir holen uns jetzt den Safe. So. weiter, 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 weiter. Dann gehen wir da hinter, durch die Küche durch. So, wunderbar. Können wir eigentlich den Viertel Dollar abgreifen vom Dr. Fred, wenn er spielt? Bei dem Mithuwa-Messspiel. Hm. BD wird. So. Glas Wasser haben wir jetzt dabei. Gut. So. Dadurch. Und dadurch. Amen. Soul Phenom. Servus. Wenn du da auch beim Retro Freitag dabei bist. Wir sind gerade dabei, dass wir, ähm, erstmal wichtig, äh, die, die Enden machen, weil ich habe nämlich beim letzten Spiel ein bisschen die Enden versaut. Ich habe, äh, ein wichtiges Ende habe ich machen können. Äh, jetzt muss ich mal so gut überlegen. Ein wichtiges und eine halbe ist eigentlich nur. Ja. Ähm. Und jetzt habe ich alles. Jetzt habe ich, äh, ein Paket abgegriffen. Das konnte ich vorher nicht mehr erreichen. Und zwar, weil, weil ich das Paket versäumt habe abzuholen. Und, ne. Und da habe ich mir einiges verbaut vom Lösungsweg her. Es gibt ja fünf, sechs Lösungswege bei Manage-Mensen. Und jetzt geht es nämlich ganz gut weiter. Äh, benutze Glas Wasser mit fleischfessender Pflanze. Dann wird es nämlich riesig. Zack. Ah, jetzt das Spiel da. Jetzt spült er. Sehr gut. Ähm. Benutze Pepsi-Dose mit fleischfessender Pflanze. Dann ist sie durch. Jetzt drübst sie nämlich die ganze Zeit. Yeah. Jetzt können wir nach oben gehen. Tada. Sehr schön. Achso, ja, stimmt. Ähm. Jetzt sehen wir den Code-Klabinett, gell. Benutze 10 Cent mit Münzschlitz. Jetzt drücken wir einmal nach rechts. Erst dreht sich. Benutze 10 Cent mit Münzschlitz. Drück nach rechts. Drück nach rechts. Erst dreht sich. So. Und jetzt benutzen wir das Teleskop. Ja, da ist das Bild davor. Man sieht nur eine Spinne. Schade. Gut, da müssen wir jetzt drüber latschen. Wen schickt man denn? Er kann eh nicht raus. Der rostige Schlüssel ist für die Gefängnistür. Jetzt checke ich das. Natürlich. Okay. Wir müssen die Aetna ablenken. 1547 war die Telefonnummer. Das heißt, der Sid geht jetzt zum Telefon. Und der Burn Art, der geht in ihr Zimmer. So machen wir das. So machen wir das. So. Burn Art. Du gehst jetzt mal runter. Du kannst gerne das nächste Mal gucken. Ein bisschen rumspannen. So. Benutz Telefon. Ich höre dein Amt. Eins, fünf, vier, sieben. Klingeling. Burn Art. Geh schon mal hinter. Sie geht ans Telefon. Wer könnte das sein? Hallo? Wer ist da? Ist das ein obszöner Anruf? Hört sich nicht wie einer an. Ich vermisse das Gestöne. Hören Sie. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Oh. I. Okay. Öffne die Tür. Und drei. Sie sind mich abgelenkt. Schnei. Schnei. So. Achso, ja. Ich habe noch gar kein Licht. Halt ein. So. Gut. Gut. Öffne. Und jetzt sieht man das. Jetzt immer noch abgelenkt. Oh. Nein. Nein. Okay. Sit. Ruf nochmal an. Eben. Eins, fünf, vier, sieben. Ich bin ewig her, als ich das gezockt habe. Das ging mir auch so, du Fanon. Das war bei mir auch so. Ich habe jetzt echt Bock gehabt, das nochmal zum Spielen. Und ich habe seit zehn, zwölf Jahren nicht mehr gezockt. Schon echt lang her. Aber jetzt kommt wieder alles mittlerweile. Das ist schon echt witzig. Die Sounds sind ein bisschen verstörend. Man ist einiges Besseres gewöhnt, sag ich jetzt mal. So. Wir sind draußen. Wir müssen jetzt hier überlatschen. Zum Teleskop. Und können jetzt den Code lesen vom Safe. Rülps. Genau. Rülps. So. Und jetzt. Eins, null, zwei. Eins, null, zwei, neun. Eins, null, zwei, neun. Jetzt müssen wir es merken. Dann gehen wir jetzt wieder nach drüben. Und lassen. Den wieder anrufen. Eins, null, zwei, neun war es. Eins, null, zwei, neun. Das ist die Telefonnummer von der Ätna. Eins, null, zwei, neun. Eins, null, zwei, neun. Jetzt geht sie hin. Hallo. Sind das wieder sie? Eins, null, zwei, neun. Okay. So. Hier öffne safe. Eins, null, zwei, neun. Ha. Siegelter Umschlag. Safe. Rülp nochmal an. Eb. Eins, fünf, vier, sieben. Und der Burn halt ruhig runtergehen. Lingen, lingen. Na, geh ins Telefon. Hallo, sind das wieder sie? Okay, nix wie weg. Das war das letzte Mal, dass wir in ihrem Zimmer waren. Das ist echt creepy hier. Tschüss. So. Der Umschlag. Jetzt müssen wir nach unten gehen. Und den Umschlag aufmachen in der Mikrowelle. Und jetzt haben wir endlich diesen Umschlag. Und jetzt können wir Können wir den Umschlag auch abschicken. Jetzt haben wir endlich die Briefmarken. Voll geil. Mindestens zehn Jahre her. Mindestens ja bei mir. Achso, heute einmal. Genau. Der Viertel Dollar ist doch im Umschlag, gell? Ja, können wir aber bloß so aufbekommen. So, benutzt. Siegelter Umschlag mit Mikrowelle. Die Tür ist zu. Ja, okay. Das könnt ihr selbst aufmachen. Benutzt, versiegelter Umschlag mit Mikrowelle. Und wir brauchen etwas Wasser. Benutzt Glas mit Wasserhahn. Ja, schalt ein. So. So, jetzt mal eben. Das ist mit Wasser befüllt. So. Mit Mikrowelle. So, das muss man eigentlich gar nicht machen, glaube ich. Egal. Schließ-Mikrowelle. Schalt ein-Mikrowelle. Okay, schalt aus. Öffener Mikrowelle. Offener Umschlag. So, was haben wir jetzt da gleich wieder? Lease Umschlag. Achso, das ist nur der Umschlag. Da ist gar nichts drin. Okay. Dann können wir jetzt auch benutzt Umschlag mit. Ach nee, die hat der andere wahrscheinlich. Sit, Alter. Du hast doch hier Emokassette. Genau. Emokassette. Du gibst jetzt mal gleich Bernhard. Bernhard. Genauso wie Dot. Witzig. Soul Phenom. Ich habe letztens Day of the Tackle hier gespielt. Am Retro Freitag haben wir es durchgespielt. Und zwar die überarbeitete Version. Die neue Steam-Version. Die ist echt geil. Machen wir es umgekehrt. Bernhard. Gib. Gib. Den Umschlag in Sit. Sit. Benutze. Demokassette mit Umschlag. Was? Müssen wir jetzt verarschen? Der ist zu. Nicht noch einmal. Hä? Ist der jetzt zugeklebt oder was? Was? Öffne Umschlag. Da war ein Viertel Dollar drin. Also doch so. Benutze Umschlag mit Demokassette. Jetzt geht's. Benutze. Ähm. Briefmarken. Mit Band im Umschlag. Sie kleben. Ha. Und jetzt schließ. Band frankierter Umschlag. Ja. Ist schon zu wahrscheinlich. Okay. Cool. Ähm. Den Viertel Dollar gibst du mal gleich mal. Am Bernard. Genauso wie den Schwamm mit dem Entwickler. den Rest brauchen wir nicht. Ed. Was ist los, mein Freund? Hey Ed. Der Meteor will sich mal dein Hamster und den Elektroschlagstack ausleihen. Meinen Hamster? Niemals. Pass lieber auf, Ed. Der Meteor mag das überhaupt nicht. Er denkt schon, du hättest meine lila Schlüsselkarte geklaut. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ohne Karte komme ich nicht zum Meteor. Oh, wirklich? Wir nehmen dich, Sohn. Okay. Sit. Ähm. Du hast jetzt das Band dabei. Den Rest. Der Rest ist wurscht. Gut. Wir gehen jetzt mal draußen. Und schicken das ab. Das geht ja jetzt endlich. Ja, das waren halt noch gute Adventure Games. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die waren richtig geil. Das hat ja richtig Spaß gemacht. Macht auch immer noch Spaß. Ja. Oh, wir haben die Adresse vergessen. Die Adresse habe ich vergessen. Okay. Das heißt, ich muss das wieder alles aufmachen. Nee, ich glaube nicht. Das geht so. Ähm. Stimmt. Dann muss ich nochmal nach oben gehen. Und die Adresse drauf machen. Stimmt. Die Frage ist, geht das mit dem SID? Weil der SID hat ja eigentlich die Werbung nicht gesehen. Wir werden es gleich herausfinden. Also einiges wusste er auch. Also zum Beispiel der Ad, der war nicht auf dem SID sauer. Obwohl der Ad ja nur mit einem Burnout-Rieden geschlossen hat. Wir sehen das gleich. Benutz Band mit Schreibmaschine. Schreibmaschine. Ich weiß nicht, was ich tippen soll. Du verarscht mich doch, oder? Okay. Dann runter zum Fernseher. Zu diesem, ähm... Wo war das? Beim Musikzimmer war das. Beim Musikzimmer. Genau. Oh, jetzt kommt wieder die Zwischensequenz. Edna, ich hab Ärger mit dem Zombie-Mad. Ich muss mal den Strom abdrehen. Es dauert nur fünf oder sechs Minuten. Ist das alles, was du zu sagen hast? Du warst unten im Keller seit über fünf Jahren. Manchmal glaube ich, du liebst den Meteor mehr als mich. Beruhige dich, mein Schnucki-Putz. Bald wird alles wieder gut. Sicher. Hoffentlich lauft er uns jetzt nicht den Weg. Ich hoffe mal echt nicht. Okay, anscheinend nicht. Nö. Gut. Bin nur... Mein Gott, bin ich bescheuert. Oh. Jetzt gerade nach oben gegangen. Warum auch immer. Ich wollte gerade nach unten gehen. Waren halt brockenschwer zur damaligen Zeit. Auf jeden Fall. Weil es gibt da echt null Tipps. Also bei Manik-Mensen, da gibt es zum Beispiel echt null Tipps. Aber es gab damals ja auch bloß dieses eine... Also diese wenigen Games gab es damals ja bloß. Ich muss mal eben hier mit Meteor Mess spielen, wenn ich schon mal hier bin. Benutze. Achso, der hört ja den gar nicht mehr. Ach stimmt, okay. Es gab ja bloß dieses eine Spiel. Und das hat halt... Das war wirklich sehr herausragend. Und das hat man eben auch eben so durchgespielt. Sondern das war wirklich was für längere Zeit. Deswegen hat man sich auch die Zeit genommen. Das ist einfach so zum Lösen. Das fand ich eigentlich ziemlich geil. So, jetzt siehst du das auch, wo das hingeht. Hallo alle Autoren, Musiker und Spieleprogrammierer. Bla bla bla. Jetzt ist Cape gedrückt. Weil wir kennen diese Sequenz bereits. Die haben wir schon mit dem Burnout angeschaut. Wie es noch kein Internet gab. Und meine Lösungen teilweise aus PC-Heften dann rauslesen musste, weil man nicht weitergekommen ist. Auf jeden Fall. Es ging mir damals genauso mit Day of the Tentacle. Da war ja damals die komplette Lösung aus der GameStar. Da habe ich mir extra rausgeschnitten. und rausgeschnitten und extra in einen Ordner geheftet, damit ich die komplette Lösung nachlesen kann. Das ist so krank, echt. So, tippe, 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 okay. Gut. Weil es gab damals halt noch echt kein Internet. Und du konntest es nicht nachlesen, ja. Wo denn auch. Du konntest es nur in diesen Dings nachlesen. Äh, in diesem, diese, äh, diese Spielezeitschrift. Das war der einzige Austausch. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Dass man die Information nicht mehr so zugänglich hat, so wie jetzt. Das ist der Wahnsinn eigentlich. So, ich gehe jetzt nach draußen und schicke jetzt das Band ab. In dem Umschlag. Das wurde jetzt auch schön, wunderschön beschriftet. Ah, jetzt ist das Spiel da. Das ist gut. Dann haben wir gleich den Key, äh, den Code. Benutz Band mit Briefkasten. Dann schließ Briefkasten. Und jetzt zieh den Zeiger nach oben. Das ist wichtig. Und jetzt passiert nichts. Ich weiß nämlich jetzt überhaupt nicht, wie es weitergeht. Das, das ist das höchste der Gefühle, was ich zusammenbekommen habe. Damals. Mehr habe ich nicht geschafft. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Weil, ähm, ich glaube meine Version, die ich damals hatte, die damals in Day of the Tentacle drin war, die war buggy. Da gab es nämlich diese Lösungsmöglichkeit nicht. Und jetzt, da dürfte es ja gehen. Bei solcher Standalone-Version. So, ähm, Bernard, du, was hast du gehabt? Ähm, der Schwamm mit Entwickler, der ist nicht so wichtig. Ähm. Stimmt, du musst nach oben zum Automaten, ne? Ja. Ja, du musst nach oben zum Automaten. Weil da waren wir schon überall. Aber gib doch mal, wo ist denn der Sid? Da ist der Sid. Ähm. Gib doch mal dem Sid den rostigen Schlüssel. Den brauchst du eh nicht. Der ist nämlich der Gefängnisschlüssel. Äh. Achso. Das ist das, was er gesagt hat. Moment. Sid, hau mal hier ab. Das wäre nämlich nicht so cool, wenn der da rumsteht. So. Bernard, gehen wir nach oben. Das war das, was er gesagt hat. Jetzt geht nämlich das Licht aus. Weil der Dr. Fred nämlich was am Hauptschalter machen muss. Ah, jetzt kann ich gar nicht hin zum Dings, ähm, zum Highscore lesen. Scheiße. Benutzt Viertel Dollar mit Meteor, da, Meteor Mess, Grünsschacht. Der Strom ist voll abgeschaltet. Ja, leider. Achso, jetzt ist der, der Viertel Dollar ist wieder drin. Äh, benutzt kleiner Schlüssel mit Münsschacht. Da ist er. In dem Viertel Dollar. Da müssen wir warten, bis der Strom wieder angeht. Und dann können wir nämlich hier, äh, weitermachen. Weil, hä? Das Spiel ist doch an. Der Bildschirm, der ist weiß. Der ist nur weiß, wenn der, wenn der Dings an ist. Wenn Meteor Mess an ist. Das ist ja witzig. Die anderen sind nämlich schwarz. Ha. Komisch. Okay, ähm, dann müssen wir jetzt kurz warten, bis der Strom an ist. Und dann können wir das hier auslesen. Ähm, den Rest. Wir könnten, wir könnten raufgehen zum, äh, zum Grün Tentakel und dem sagen, dass wir das abgeschickt haben. Das könnte man schnell machen. Ähm, übrigens, ich habe gerade gesehen. Langli, vielen Dank für den Host. Dankeschön. Ich habe schon die ganze Zeit auf die Benachrichtigung gewartet von Streamlabs. Aber die kommt anscheinend nicht. Da spinnt schon wieder irgendwas bei Streamlabs. Vielen, äh, vielen, vielen Dank für den Host. Das freut mich sehr. Flugzeug, was war das für ein Teil? Was war das für ein Teil? Also ich habe letztens nämlich, äh, Dings gespielt, äh, Indiana Jones and the Fate of Atlantis habe ich gespielt. Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Und, ähm, was weiß ich, äh, ich habe mal früher privat, also nicht im Stream, habe ich, äh, Indiana Jones and the Last Crusade habe ich dann gespielt. Und das Dreier kenne ich, glaube ich, nicht. Stanley, ja, Tippi Stream hat auch Probleme. Ah, wir vermuten, dass Twitch Probleme hat, die Infos über Hosts, Follows und Subs an die Tools zu schicken. Ah, so ein API-Problem wahrscheinlich. Hm. Das ist ja blöd. Aber das ist immer zu unseren Zeiten, wo die meisten Leute streamen. Kann das sein? Die, die, die Benachrichtigungen, die sind so oft deaktiviert, wenn ein Haufen Leute streamen. Oh, was ist da? Ah, eine Kassette. Da war denn doch gleich die Play-Taste. So, unfähiger Manager. Cool. Wunderbar. Irrsinnig. Fantastisch. Das ist die Medicments-Melodie. Das wird ein Mega-Hit. Für die brauche ich sofort einen Vertrag. Cool. Er schickt uns einen Vertrag. Wie geil. Ähm, die Frage ist, können wir jetzt schon rausgehen und den Vertrag holen? Hm. Ich gehe jetzt mal nach hinten zur Tür und gehe jetzt einfach noch ganz nach links. Ich glaube, ich bin ganz unten jetzt mit dem Sit. Ja. Ja. Und hier ist es nämlich hell. Ich schaue zum Briefkasten. Ich will, ich will es wissen. Öffne. Ah, schade. Okay. Dann dauert es noch. Okay, dann warten wir hier. Ähm, der Burnout ist noch hier. Unten im Verlies können wir jetzt gerade eh nichts machen. Okay. Dann schauen wir hier im Burnout zu. Und ich lese mir eben hier nochmal im Chat nach, was geschrieben wurde. Ähm, das Adventure Game Indie 3, das vor, das vor Fate of Atlantis. Das, ich überlege jetzt gerade. Ich kenne das glaube ich nicht. Ich glaube ich kenne es nicht. Ich kenne, ich kenne, dass der Nachkammer ist, aber das war dann schon so 3D mäßig. Das war schon zur Ära von Tomb Raider. Da war, das war die Konkurrenz eigentlich von Tomb Raider. Ja, das war ein richtig cooles Indiana Jones Spiel. Da musste man auch so klettern und so schießen vor allem. Das konnte Lara ganz anders. Das war eine andere Art. Und der Indie hat halt eher diese alten Pistolen gehabt zu schießen. Und das hat voll Spaß gemacht. Oh, der Strom ist wieder da. Sehr schön. Ja, voll nervig. Ich hatte den Resub ohne Alert und diverse Follows ebenfalls ohne Alerts. Aber vorher ging es. Also, das ging bis gerade eben noch. Bis gerade eben gingen die Alerts noch. Weil, ähm, ich hatte, ich hatte vorhin, ähm, hatte ich einen Follower Alert. Also zweimal heute Follower Alert. Und das war kurz, vielleicht vor Stunde oder so. Eine Stunde. Vor Stunde ging es noch, glaube ich. Und das war echt schade, dass das nicht geht. Äh, benutze. Na, Viertel Dollar mit Münzschacht. Dieb. Jetzt hier haben wir einen kleinen Code. Jetzt muss ich ganz kurz aufpassen. Äh, vielleicht ist es auch dasselbe wie letztens. Schauen wir mal. Äh, 5858. Okay. Das ist dasselbe Code wie letztens auch. 5858, damit wir, ähm, in diese Geheimtür reinkommen. Passt. Dann haben wir jetzt den Code auch. Ja, das war wie der Film Indie 3 war mit der Bibliothek in Venedig. Ah, okay. Dann war das auch so ein Retro-Game, oder? So ein Retro-Game wie bei Fate of Atlantis. Oder war das schon, äh, ja, so ein paar Jahre später sozusagen. Äh, ich meine, das war ja vor Fate of Atlantis, hast du gesagt. Genau. Ähm, dann war es ja auch so wie Fate of Atlantis von der Art her. Ja, also genau das hier, was wir jetzt gerade spielen. Genau so. So richtig schön pixelig. Aber muss ich mal schauen. Ich kenne das gar nicht. Das würde ich ganz gerne spielen. Beim Retro-Freitag. Weil jetzt haben wir, jetzt sind wir eigentlich am Ende vom Retro-Freitag. Ich habe schon wieder eine halbe Stunde überzogen. Wie immer eigentlich. Ähm, also wir haben jetzt hier noch mal, äh, Malek Manson. Das würde ich noch gerne, ganz gerne fertig spielen das nächste Mal. Und dann wäre sowieso der Weg frei für ein neues Retro-Game. Und der wird sich auch Indie 3 anbieten, wenn es geil ist. Was geht eigentlich bei ihm jetzt weiter? Ähm, Werkzeug haben wir alles verbraucht. Da brauchen wir jetzt eigentlich nichts mehr. Die Schlüssel haben wir noch, die 10 Cents brauchen wir nicht mehr. Schlüsselkarte, Schwammentwickler. Mit dem Entwickler, da muss ich mal schauen, wie das dann weitergeht. Ähm, Lampen, Manuskript, alte Platte, Schlüssel, Pinsel. Ja, also wir sind jetzt genau an diesem, an diesem Moment, an dem wir, ähm, jetzt alle Wege offen haben. Das ist eigentlich genau das, wo ich hinwollte. Ich muss jetzt leider den Retro-Freitag beenden heute. Ich würde jetzt so gerne zu Ende spielen mit euch. Aber ihr wisst ganz genau, ich spiele bestimmt nur eine Stunde hin, wenn ich jetzt alles durchprobiere, die ganzen Enden. Aber das Coole ist, wir haben jetzt alle Enden offen. Und wir spielen dann genau in einer Woche weiter mit Weg zum Freitag. Wiratmen. Vielen Dank.